Es gibt wieder mal Neuigkeiten, denn seit kurzem sind die noch nicht ausgestrahlten Episoden 24 und 25 der 6. Staffel auf Netflix Australien in deutscher Sprache erschienen. Vielen Dank an Kuckoo-Fan und Twilight-Fan-Labs für die Information. Ich! Ich meine, wir sind doch hier, weil wir unglaublich gute Flieger sind. Wir brauchen keinen Theorieunterricht. Sag mir deinen Namen! Was ist denn los? Wieso bist du so... Unhöflich? Ich glaube, einem gewissen Drachen fehlt sein Mittagsschlaf. Ja, richtig. Wie auch immer.